Willkommen bei Bad & Co. in Wildau, Ihrem Fachmann für Sanitär, Heizung und Bäder. Unser Unternehmen ist ein Handwerksbetrieb der Innung und bietet Ihnen als Komplettanbieter alles für den Neubau und die Rekonstruktion von modernen Heizungsanlagen und Bädern. Besuchen Sie uns in unserer hauseigenen Bädeausstellung und lassen Sie sich auf 130 Quadratmetern Ausstellungsfläche inspirieren. Mit unserem Fachpersonal setzen wir dann Ihr Traumbad auch in die Wirklichkeit um. Auch als Heizungsfachbetrieb greifen wir im Bereich regenerative Energien wie Wärmepumpen und Solaranlagen auf langjährige Erfahrung zurück. Selbstverständlich betreuen wir Ihre Anlage auch nach dem Einbau. Unser Kundendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung. Bei Fragen rufen Sie uns an oder schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf Sie! und lassen Sie sich nicht mehr allein mit dem Einbau. Die Z же